Nachdem in Österreich in den Mainstream-Medien immer öfters über eine etwaige Corona-Impfpflicht diskutiert wird, findet für all jene Menschen, die gegen eine Impfpflicht sind, vom 20. bis 27. September 2021 die Eintragungsfrist für ein entsprechendes Volksbegehren statt. Dieses lautet Impfpflicht, striktes Nein, machen wir von unserem Stimmrecht Gebrauch und unterzeichnen wir zahlreich dieses geplante Volksbegehren. Nähere Details dazu könnt ihr gerne dem Link in der Videobeschreibung entnehmen. Vielen Dank, einen schönen Tag noch und viel Kraft in dieser schwierigen Zeit. Wünscht euch Walter vom Videokanal Das Recht auf Wahrheit.